Textilien umfasst textile Rohstoffe und nicht textile Rohstoffe, die durch verschiedene Verfahren zu Linien, flächenförmigen und räumlichen Gebilden verarbeitet werden. Die daraus hergestellten linienförmigen Textilengebilde wie Z, B, Ganne, Zwinne und Seile, die flächenförmigen Textilengebilde wie Z, B, Gewebe, Gewirke, Gestrücke, Geflechte, Nähgewirke, Fließstoffe und Filze und die räumlichen Textilengebilde wie Z, B, textile Schläuche, Strümpfe oder textile Halbzeuge für verstärkte Kunststoffbauteile. Diejenigen Fertigfabrikate, die unter Verwendung der vorher genannten Erzeugnisse durchkonfektionieren, aufmachen und oder andere Arbeitsgänge in verkaufsgerechten Zustand zur Weitergabe an den Verarbeiter, den Handel oder den Endverbraucher gebracht werden. Bei der zusätzlichen Verwendung von nicht-textilen Rohstoffen im Erzeugnis ist für eine Zurechnung zu den Textilien entscheidend, dass der textile Gesamtcharakter erhalten bleibt, die Fremdmaterialien also nur eine zusätzliche Funktion ausüben. Textilien in den verschiedensten Formen gehören zu den ältesten Artefakten, die seit der Frühzeit der Menschheit hergestellt werden. Bis heute zählen sie zu einer der wenigen Produktgruppen, die in allen Lebensbereichen der Menschen Anwendung finden. Aus diesen Gründen haben sich über Jahrtausende umfangreiche Gebiete, die sich mit Textilien beschäftigen, herausgebildet. Dazu zählen die Textiltechnik mit ihren speziellen Fertigungsverfahren, die von der Aufbereitung der Fasern nach deren Gewinnung in der Landwirtschaft und deren Herstellung in der Chemiefaserindustrie über die Fertigung von Textilenhalb- und Fertigfabrikaten bis hin zur Konfektionierung der fertigen Textilwaren reichen. Textile Material und Warenkunde Das textile Prüf- und Normwesen Die Anwendungstechniken in den verschiedenen Einsatzgebieten sowie deren künstlerische, kunsthandwerkliche, kulturelle, kulturgeschichtliche und ethnografische Aspekte Terminologie Der Begriff Textilie leitet sich aus dem Lateinisch Textilis gewebt gewoben, Textilia, Gewebe, Tuch, Leinwand, von Lat, Texere, Weben ab, obwohl auf alten lateinischen Wurzeln beruhend. Taucht der Begriff Textilien in den deutschsprachigen technologischen Fachbüchern und in den Wörterbüchern bis Ende des 19. Jahrhunderts nicht auf. Anfang des 20. Jahrhunderts findet man den Terminus Textile Flächengebilde. Die unterschieden werden in Flächengebilde aus Fasern wie Filze und Watten sowie aus Fäden wie Geflechte, Gewebe, Netze und Gewirke. Ein genauer Zeitpunkt für die Einführung des Begriffs Textilien in den deutschen Sprachgebrauch ist nicht bekannt. Es kann aber anhand von Literaturrecherchen davon ausgegangen werden, dass das in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts geschah und dass sich dieser Sammelbegriff ab der 1950er Jahre in der Fachliteratur und in der Praxis etablierte, was letztendlich zur Einführung der DIN 60.000 Textilien-Grundbegriffe führte. Synonym für Textilien wird auch der Begriff Stoff für diejenigen Textilien verwendet, die als flächige Textiligebilde als Bahnen hergestellt und aufgerollt direkt in den Handel kommen oder in die Konfektionsindustrie zum Weiterverarbeiten zur Bekleidung, Heim- und Haushaltstextilien sowie technischen Textilien geliefert werden. Schon seit hunderten Jahren hat auch der Begriff Tuch eine übergreifende Bedeutung für Gewebe hauptsächlich aus Wollgarnen, aber auch aus Leinen und Baumwollgarnen. Als Tuch bezeichnet man aber ebenfalls abgepasste flächige textile Gebilde aus den verschiedensten Faserarten, die etwas bedecken oder umhöhen wie Z, B, Tisch, Hand, Bett, Wisch, Kopftuch. Ebenfalls findet sich insbesondere in historischen Darstellungen der Begriff Zeug als Sammelbegriff. Eine fachwissenschaftliche Definition bezeichnet Textilien als morphologisch bestimmbare, gestaltete Gefüge aus verspinnbaren, Längenbegrenzten Fasern und gezogenen Endlosenfasern, die die Verspinnbarkeit als Eigenschaft aufweisen, wobei dort auch die Zurechnung der Fasern zu den Textilien und damit die Bezeichnung Textilfasern abgelehnt wird, da dieselben Fasern auch zur Herstellung von Papier verwendet werden können. Diese Sichtweise hat sich aber in der Praxis kaum durchgesetzt. Bestandteile von textilen Erzeugnissen Hauptbestandteile aller textilen Erzeugnisse sind Textilfasern, also Fasern, die sich in textilen Fertigungsverfahren verarbeiten lassen, insbesondere verspinnbar sind. Es handelt sich um linienförmige Gebilde. Ha, das Verhältnis Länge zu Durchmesser ist wesentlich größer als 1, mit einer ausreichenden Länge sowie Bieg und Schmiegsamkeit als Voraussetzung für ihre Verarbeitbarkeit. Der Form nach können die Fasern in Spinnfasern und Filamente unterschieden werden. Zu den textilen Fasern zählen auch Flockfasern, obwohl sie nicht verspinnbar sind, sowie Z, B, Gummifasern, Metallfasern oder Spinnpapier, wenn diese textilverarbeitbar sind. Textilfasern sind Naturfasern, Chemiefasern aus natürlichen Polymeren, aus synthetischen Polymeren sowie anorganische Fasern. Textile Erzeugnisse können aber auch nicht textile Rohstoffe beinhalten. Zu den weiteren Bestandteilen, die oft nur einen sehr geringen Anteil an der Gesamtmasse einnehmen. Aber für das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften von besonderer Bedeutung sind, zählen die Farbstoffe und die Veredlungsmittel wie Z, B, A wie Vagen und Schlichtemittel für die Beeinflussung der Faser- und Garnverarbeitbarkeit, Knitterarmmittel, Hydrophobier- und Hydrophiliemittel, Flammschutzmittel, Beschichtungsmittel und Bindemittel UAM. Der Handel ist verpflichtet für Textilien, die aus mindestens 80% Textilfasern bestehen und dem Letztverbraucher zur Verfügung gestellt werden. Die Faserzusammensetzung entsprechend der Verordnung Nummer 1007 2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2011, die ab 8. Mai 2012 das Textilkennzeichnungsgesetz ersetzt hat, anzugeben. Entsprechende Ausnahmen sind ebenso dort geregelt. Bedeutung für die zulässigen Bestandteile von Textilien hat auch der Ökotex-Standard 100 der Textilien auf ihre humanökologische Unbedenklichkeit, den Schadstoffgehalt und die Gebrauchsechtheiten bewertet. Für die Beurteilung der Textilien hinsichtlich der gesundheitlichen Verträglichkeit, aber auch des Gefährdungspotenzials im Brandfall oder bei der Abfallbeseitigung wird oft ein Sicherheitsdatenblatt angefordert. Das die wichtigsten Bestandteile ausweisen muss. Textile Fertigwaren werden ebenfalls für viele Einsatzgebiete mit einer Pflegekennzeichnung versehen. Herstellungsverfahren Fertigungstechnisch erfolgt die Herstellung von Textilenhalb- und Fertigprodukten zum überwiegenden Teil durchfügen. Das geschieht nach wie vor durch Handarbeits- und Handwerkstechniken, aber überwiegend durch industrielle Fertigungsverfahren. Dazu werden einfache Arbeitsgegenstände wie Z, B, Spinnradstrick oder Häkelnadel sowie Handwebstühle, aber größtenteils Textilmaschinen, aber auch Aggregate der Extrusions- und Trocknungstechnik U, A, M, eingesetzt. Beim Spinnen werden Spinnfasern über mehrere vorbereitende Verfahrensschritte zu einem Garn mit einer angestrebten Garnfeinheit zusammengedreht, wobei die Haftreibung der Fasern und ihre Flexibilität ausgenutzt werden. Wenn einfache Garn aus Spinnfasern oder Faservilamenten zusammengedreht werden, nennt man dieses Fügeverfahren Zwirnen. Beim Weben werden die Fäden zweier Fadensysteme, die genau oder annähernd rechtwinklig zueinander stehen, nach einer bestimmten Ordnung zu einem Gewebe verkreuzt. Die Verbindung der Fäden erfolgt vorwiegend durch Reibschluss an den Kreuzungspunkten. T, auch gerade Fadensysteme mit ein Binden zu einem Flächengebilde zusammengefügt. Es entstehen Gewirke, Kettengewirke, Gestrücke und Nähgewirke als Flächengebilde. Insbesondere Gewirke und Gestrücke sind wegen ihrer mehrformschlüssigen Verbindung gut dehnbar. Flechten, Klöppeln, Häkeln und Knoten sind weitere Fügeverfahren, bei denen aus Fäden textile Flächengebilde entstehen. Beim Filzen, das zu einem der ältesten Verfahren zur Herstellung textiler Flächengebilde gehört, werden durch Walken von Fliesen, die filzfähige Fasern enthalten, die Fasern aufgrund mechanischer, thermischer und chemischer Einwirkungen miteinander verfilzt. Es entstehen Walkfilze. Eines der vielfältigsten Herstellungsverfahren für textile Flächengebilde ist das Fügen von Fasern und gegebenenfalls Verfestigungsmitteln zu Fließstoffen. Zuerst erfolgt das Fließlegen aus textilen Spinnfasern oder direkt aus extrudierten textilen Entlosfasern. T. Auch unter Beimischung anderer faseriger Bestandteile wie Zellstoff, wobei die Fasern durch ihre eigene Haftung, aber auch vorm Schluss zusammengehalten werden. Die Fasern können im Fließ mit einer bevorzugten Orientierung aber auch in Wirrlage angeordnet sein. Die Fasern der Fliese werden UAR, durch Fernnadeln mit Widerhaken, Nadeln, Maschenbildung, verwirbeln mittels Wasserstrahlen, Einwirkung von Hitze und oder Druck, Ultraschall oder durch adhersive und kohensive Bindung mit Hilfe von Bindemitteln zum textilen Flächengebilde Fließstoff verbunden. Die meisten der durch die verschiedenen Fügeverfahren entstandenen Textilenrohrzeugnisse werden noch verschiedenen Veredlungsverfahren unterzogen, um ein spezielles Aussehen oder spezielle Gebrauchseigenschaften zu erhalten. Die Herstellung von textilen Fertigerzeugnissen wie Z. B. Bekleidung, Heimtextilien oder technischen Textilien aus textilen Flächengebilden erfolgt zum überwiegenden Teil durch Konfektionstechniken, obwohl auch Fertigerzeugnisse komplett in einem Arbeitsgang erzeugt werden können. Für Fertigerzeugnisse, die aus verschiedenen Teilen zusammengefügt werden sollen, werden die Teile entsprechend der angestrebten Gestalt aus den vorgelegten textilen Flächengebilden zugeschnitten und anschließend durch Nähen, Schweißen oder Kleben zusammengefügt. Für andere Fertigwaren erfolgt nur ein Zuschneiden auf eine bestimmte Breite und Länge, um anschließend Z. B. aufgerollt und als Rollenware wie Z. B. Filterrollen ausgeliefert zu werden. Auch durch Stanz- oder Schneittechniken können Fertigwaren aus textilen Flächengebilden hergestellt werden. B. Bänder, Filzteile, Medizinprodukte U, V, M, Eigenschaften und Prüfverfahren Aufgrund der mannigfachen Kombinationsmöglichkeiten der chemisch und physikalisch unterschiedlichen Faserstoffe, der Formmerkmalen der aus den Faserstoffen bestehenden Fasern und Garne und der Anordnung dieser Strukturelemente und deren Verbindung im Gefüge der textilen Erzeugnisse und die zusätzlichen Variationsmöglichkeiten durch entsprechende Veredlungsverfahren ergibt sich eine schwierig zu benennende, aber sicherlich in die hunderttausende gehende Anzahl von spezifischen textilen Materialien mit sehr speziellen Eigenschaften. Durch die hohe Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten können verschiedenste Eigenschaftsprofile entsprechend der Anforderungen der Anwendungsbereiche von Textilien erzielt werden. Allein für die Fließstoffe wurde eine Anzahl von ca. 120.000 Kombinationsmöglichkeiten und damit Materialvarianten genannt. Mechanische Eigenschaften, wie Festigkeit und Dehnung bei statischer und dynamischer Beanspruchung spielen ebenso wie bei anderen Materialien auch für Textilien eine Rolle. Dazu kommen aber auch sehr textilspezifische Eigenschaften wie Knitterneigung oder Scheuerbeständigkeit. Eine Besonderheit der textilen Garn- und Flächengebilde gegenüber Gebilden aus kompakten Materialien wie Z, B, Metallen und Keramiken ist ihre hohe Porosität, die viele Verarbeitungseigenschaften und Gebrauchseigenschaften wesentlich bestimmt. Aus diesen sehr spezifischen Eigenschaften, die zur Charakterisierung von Textilien herangezogen werden, haben sich meist sehr spezifische Prüfverfahren entwickelt. Einsatzgebiete Textilien werden vielfältig benutzt. Das weitaus bekannteste Einsatzgebiet ist die Bekleidung. Darüber hinaus werden sie im Haushalt und bei der Innenraumgestaltung eingesetzt in Form von Teppichen, Bezügen von Polstermöbeln, Vorhängen, Handtüchern, Bettwäsche als Tischdecke oder als Putz- und Reinigungstücher. In Technik und Industrie finden sich textile Materialien etwa in der Sägelei und der Hebetechnik, Seilerei und Zurgurte über Erbex, Filter, Netze und Geotextileien. Darüber hinaus finden textile Materialien vermehrt auch in Architektur und Bauwesenverwendung, Traditionell als Elemente temporärer Architektur wie Sonnensiegel, Windschirme, Baldaschien, Zelte etc., aber darüber hinaus auch in der zeitgenössischen Architektur insbesondere bei Dachkonstruktionen und Seilnetztragwerken. Man spricht dabei von textiler Architektur. Im medizinischen und Hygienebereich werden Textilien bei Windeln, Taschentüchern, Krankenhaus- bzw. OP-Textilien und Verbandszeug verwendet. In jüngerer Zeit werden Textilien in Verbindung mit Harz als faserverstärkter Kunststoff in Segelbooten und Flugzeugen eingesetzt. Werden Textilien für industrielle Zwecke und aufgrund anderer Eigenschaften als ihrem Aussehen verwendet, spricht man üblicherweise von technischen Textilien. Urgeschichtliche Textilnachweise Die ältesten nachweislich von Menschen verwendeten Textilfasern sind etwa 30.000 Jahre alt und stammen zum einen aus der Jotsuaner Höhle im Kaukasus, zum anderen aus Dolni-Westeneis und Pavlovin-Meeren. In der Jotsuaner Höhle handelt es sich um Flaxfasern, bei den beiden Gravetien-Fundplätzen Meeren um Brennnesselfasern. Neben den direkten Textilnachweisen können die sogenannten Venusfigurien des Gravetiens Hinweise auf Bekleidung geben, da diese auf den Oberflächen der Figuren angedeutet wird. Dabei gibt es Z.B. den Rock bei der Venus von Lesbuk, oft auch textil ornamentierte Gürtel, wie bei den Figuren von Kostenki in Russland. Etwa 19.000 Jahre alt sind die Textilnachweise von Ohalo II am Seegeneser Rät. AMS-Datierungen von Textilfunden aus der Gitterero-Höhle im Andenhochland von Peru ergaben im Jahre 2011 ein überraschend hohes Alter von etwa 11.000 BP. Die Produktion gewebter Textilien aus Pflanzenfasern wurde während dieser Zeit mit der Entwicklung der Landwirtschaft und dem Anbau von Lein oder Hanf verbunden. Eine Untersuchung der erst 2.800 Jahre alten Textilien aus dem brossezeitlichen Lusial stellt dies in Frage. Das Textil ist aus Fasernesseln gemacht. Das deutet darauf hin, dass die Textilproduktion noch in der Bronzezeit auch auf der Nutzung von Wildpflanzen basierte. Die Jungsteinzeit ging einher mit der Domestizierung von Pflanzen und Tieren und der Nutzbarmachung ihrer Eigenschaften. Textilreste Mitteleuropas sind bis in die Zeit des Spätneolithikums jedoch nach wie vor nur aus Pflanzenfasern überliefert, die bereits im 6. Jahrtausend v. CHR in Südosteuropa und dem vorderen Orient auftretenden Spinnwirtel aus gebranntem Ton belegen das Spinn-Tönane-Spinnwirtel gibt erst vereinzelt auch in der mitteleuropäischen Band Keramik. Es ist jedoch unklar, ob diese ausschließlich für die Verarbeitung von Pflanzenfasern gedient haben oder bereits auch für das Spinnen von Tierhaaren bzw. Wolle. Die Existenz von Web-Techniken kann indirekt bereits für das 7. vorchristliche Jahrtausend bewiesen werden, da Web-musterartige geometrische Wandbemalungen im türkischen Tell von Kettelhöyük stark angewebte Kelims erinnern. Von einer Bestattung in Haus VI1 von Kettelhöyük gibt es einen verkohlten Weberest, der auf etwa 6.000 v. CHR datiert und heute im Museum für Anatolische Zivilisationen in Ankara aufbewahrt wird. Ein weiterer früher Gewebefund aus dieser Region ist aus Keyönü bekannt. Eindrücke von Geweben in Ton waren aus dem 7. Jahrtausend v. CHR liegen aus Jamo im nördlichen Irak vor. Nach einer unbestätigten Mitteilung des Kettelhöyük-Grabungsleiters James Millard aus dem Jahre 1966 seien in Schicht VI des Tells von Kettelhöyük die ältesten Reste von Filz gefunden worden. Auch die ab etwa 6.000 v. CHR, übliche Keramikbemalung, die sich von Anatolien über Südosteuropa bis nach Mitteleuropa ausbreitete, weist zumeist geometrische Muster auf, wie sie für Webtechniken typisch sind. Da in Fundstellen dieser Kulturen keine tönernen Webgewichte gefunden wurden, wird die Verwendung kleiner mobiler Webrahmen angenommen. Die älteste Abbildung eines horizontalen Webrahmens ist als Ritzzeichnung auf der Innenseite einer Keramikschale vom Fundplatzbatterie erhalten und wird auf etwa 4.400 v. CHR datiert. Bei dem hier gezeigten Webgerät handelt es sich um einen einfachen Pflok-Webstuhl. Die Schale wird zusammen mit etwa gleich alten Leinresten im Londoner Petri Museum of Egyptian Archaeology ausgestellt. Erst im Spätneolithikum kann mit tönernen Webgewichten für Mitteleuropa der archäologische Nachweis des Gewichtswebstuhls erbracht werden. Hier ist jedoch nach wie vor unklar, ob neben pflanzlichen Fasern bereits Wolle gewebt wurde. Erste Hinweise auf Verarbeitung von Schafwolle gibt es in Mitteleuropa bei spät- bzw. entneolithischen Kulturen, z.B. in der ostbayerischen Kammerkultur. Einen Beweis für die gezielte Haltung von Wollschafen bietet die veränderte Demografie spätneolithischer Schafherden, da hier eine Zunahme älterer Hamel zu verzeichnen ist. Zu den seltenen direkten Belegen gehören Wollhaare in der französischen Seeuversiedlung Clairvaux-les-Lex sowie Wollreste an einem entneolithischen Feuersteindolch aus Wiepenkaten, einem Ortsteil von Stade. Die Nachweise von Textilien und ihrer Tragweise vermehren sich in der Brosse- und Eisenzeit schlagartig. Baumsackfunde aus der nordischen Bronzezeit z.B. das Mädchen von Ektwitt boten gute Erhaltungsbedingungen für Textilien. Aus Dänemark wurden verschiedene Brosse-zeitliche Wollstoffe analysiert, die von Braunen und Weißen zu Eischafen gewonnen wurden. Im prähistorischen Salzbergwerk in Hallstatt sind infolge der salzhaltigen Luft viele Textilreste erhalten geblieben. Spätestens seit der frühen Hallstattzeit ist die Technik des Brettchenwebens bekannt. Exzellente Textilerhaltung gibt es bei Mumien aus dem westchinesischen Tarimbecken, die zwischen 1800 und 400 v. C.H.R. zu datieren sind. Der Tschetschenmann eine Tarimumie aus dem 12. Jahrhundert v. C.H.R. trug Kniestrümpfe aus Filz, die rot, gelb und blau gestreift waren. Neue Untersuchungsmethoden lassen die Standortbestimmung der genutzten Wollschafe und damit Rückschlüsse auf den Herstellungsort von Wolltextilien und gegebenenfalls deren Handel zu. So konnte mittels Strontium-Isotopen-Analyse die Herkunft der Wolle von eisenzeitlichen Textilfunden aus Dänemark ermittelt werden. Vorteilhafte Erhaltungsbedingungen für prähistorische Textilreste bestehen auch, wenn diese verkohlt oder z.B. durch Kontakt zu Kupfer-Artefakten mit kupferbasierten Mineralien überkostet sind. Da Kupfer das Wachstum von Bakterien und damit den biologischen Abbau hemmt, konnten durch diesen Umstand z.B. Textilreste der indianischen Hopewell-Kultur untersucht werden. Siehe auch, Textilrecycling